Hallo Leute, ich bin Nils und ich würde euch heute gerne mal von meiner Erfahrung mit schwobeltreff.de berichten, denn das ist, wie ich finde, ein ziemlich steiles Brett. Und zwar ist es so, dass ich über schwobeltreff.de eine neue Freundin gefunden habe und einen neuen Job. Und das Ganze innerhalb von weniger als einem Monat. Und zwar ist es so, dass an dem Tag, an dem ich mich angemeldet habe, ich auch gleich ein Match hatte mit der Frau, mit der ich heute zusammen bin. Und dieses Match, das ist nicht nur 100%, das ist 120%. Und ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass es eine solche Frau gibt. Aber das sind völlig ungeachtet, muss ich auch sagen, dass alle Gespräche mit den Frauen, die ich über schwobeltreff.de kennenlernen dürfte, das waren tolle Gespräche, das waren herausstechende Persönlichkeiten, und das waren nie langweilige Treffen. Es gab immer sofort Themen, über die man reden konnte. Man musste nicht erst um den heißen Brei reden, sondern hat gleich über die Sachen geredet, die einen bewegen und interessieren. Und was den Job angeht, ja, kurze Zeit später hatte ich über die Forumsfunktion den ersten Kontakt zu der Stelle, die ich jetzt bald antreten werde. Und das ist der absolute Wahnsinn. Also ich hätte auch da nie gedacht, dass es einen solchen Job gibt. Und zwar einen, in dem ich sagen kann und soll, was ich denke und darin auch noch bestärkt werde. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben beruflich wie privat das Gefühl oder die Möglichkeit, der zu sein, der ich wirklich bin. Und wenn ich dann darüber nachdenke, wer das alles möglich gemacht hat, da möchte ich echt mal sagen, danke, 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 Captain Future, dass du schwobeltreff.de ins Leben gerufen hast. Und du hast dich. Okay, wie die Politik. Ich würde mir ansprechen. Und du hast dich. G Krist sul branche. Und du hast dich. Und du hast dich. Vielen Dank.